Prävention hörbar, eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrates Sachsen-Anhalt. Hallo, mein Name ist Daniela Andersson und ich bin die Leiterin der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates. Ich freue mich, dass Sie sich unseren Podcast anhören. Bei mir ist heute Michael Glocke zu Gast. Er ist Pressesprecher im Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Ich möchte mit ihm gerne über das wichtige Thema Einbruchsschutz sprechen, welches auch dem Landespräventionsrat sehr am Herzen liegt. Herzlich willkommen, Herr Glocke. Hallo, Frau Andersson. Seit mehreren Jahren setzt die Polizei immer zur beginnenden dunkleren Jahreszeit mit großen blauen Bannern in vielen Orten Sachsen-Anhalt ein Zeichen für den Einbruchsschutz. Der Landespräventionsrat ist hierbei einer der Kooperationspartner. Was ist der Hintergrund dieser Aktion? Das Kriminalitätsphänomen der Einbrüche, sowohl in privaten Wohnhäusern als auch in gewerblich genutzten Objekten, war und ist auch in Sachsen-Anhalt ein schwerwiegender Belastungsfaktor für die Bürgerinnen und Bürger des Landes, welcher sich enorm auf ihr persönliches Sicherheitsempfinden auswirkt. Die blauen Banner sollen die Aufmerksamkeit darauf lenken, sich mit dem Thema Sicherheit durch Einbruchsschutz im ganz persönlichen Wohnumfeld zu befassen und vorzusorgen. Damit möchten wir besonders auf den Tag des Einbruchsschutzes am 31. Oktober dieses Jahres hinweisen. Der Tag des Einbruchsschutzes, ein Tag, den man sich merken sollte? Auf jeden Fall. Seit dem Jahr 2012 gibt es bundesweit jährlich im Herbst eine Öffentlichkeitskampagne, deren Ziel die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für die Thematik des Wohnungseinbruchs ist. Sie sollen dazu motiviert werden, eigenverantwortliche Vorsorge zu treffen. Dieses Vorhaben ist aller Ehren wert, aber meist herrscht ja auch die Meinung vor, bei mir passiert schon nichts. Ja, das hört man immer wieder, aber trotz alledem ist festzustellen, auch wenn die Gesamtzahl der Straftaten einen rückläufigen Trend aufweist, sind die Folgen für mich als persönlich Betroffenen dennoch unmittelbar spürbar. Die Wohnung hat für jeden Menschen eine ganz wesentliche, auch Rückzugs- und Schutzfunktion und bildet den Kernbereich des persönlichen Lebens. Neben den finanziellen Folgen, die ja durch den Abschluss eines Versicherungsvertrages abgefedert werden können, sind Opfer vor allem von psychischen Folgen betroffen. Natürlich gehen die Betroffenen damit unterschiedlich um. Das Gefühl der und das Wissen um die eigene Verletzlichkeit jedoch bleiben. Wir leben in einer Welt des Wandels und der Unsicherheit. Und als Polizei möchten wir daher einen Beitrag dazu leisten, um die Lebenswelt des Einzelnen sicherer zu machen. Wie hoch ist denn die tatsächliche Gefahr, in Sachsen-Anhalt Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden? Also die Gefahr kann man natürlich nicht runterreden. Tatsächlich ist es aber so, dass seit vielen Jahren die Zahlen des Wohnungseinbruchs nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch bundesweit rückläufig ist, tendenziell stark rückläufig ist. Zwischen 2016 und 2020 haben wir einen Rückgang von fast 1000 Fällen. Inwieweit sich die Folgen der Pandemie durch das neuartige Coronavirus auf die Fallzahlen auswirken, lässt sich noch nicht absehen. Aber grundsätzlich besteht die Gefahr natürlich. Aber sie ist, wie gesagt, stark rückläufig für uns. Woran kann ich mich orientieren, dass ich einen guten Einbruchschutz ausgewählt habe? Das Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt führt eine Liste, welche Fachunternehmen enthält, die polizeilich empfohlen werden. Daneben gibt es das brandneue polizeiliche K-Einbruch-Level, welches die polizeiliche Empfehlungspraxis zum Einbruchschutz visualisiert. Es ist vergleichbar mit den Grafiken zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse von Haushaltsgeräten und reicht vom Grad C der unzureichenden Absicherung bis zum Premium-Schutz A+, dem zertifizierten Premium-Einbruchschutz mit aufeinander abgestimmter mechanischer Absicherung und elektronischer Überwachung. Ihr kriminalpolizeilicher Berater informiert Sie gern darüber im Detail. Auskünfte finden Sie auch im Internet unter dem Suchbegriff K-Einbruch-Level. Was tut die Polizei konkret, um dieses Ziel zu erreichen? Da Eigentum verpflichtet, unterstützen wir als Polizei vor allem durch Beratungen. Und das hoffentlich nicht erst, nachdem der Schaden eingetreten ist. Die Regionalbereichsbeamten in den Polizeirevieren verfügen über grundlegende Kenntnisse um sogenannte sicherheitstechnische Beratungen bei den Bürgerinnen und Bürgern und auch bei Gewerbetreibenden durchführen zu können. Seit diesem Jahr werden sie durch zusätzliche kriminalpolizeiliche Fachberater verstärkt. In jedem unserer 14 Polizeireviere der Landespolizei finden Sie nun einen besonders geschulten hauptamtlichen sicherheitstechnischen Berater bzw. eine Beraterin als persönlicher Ansprechpartner in Sachen Einbruchschutz. Die Beratungen erfolgen natürlich kostenfrei. Produktneutral und individuell zugeschnitten auf die jeweilige Wohnsituation des Ratsuchenden. Auf Wunsch kommen die Kolleginnen und Kollegen zu Ihnen nach Hause oder ins Unternehmen. Erreichen können Sie unsere Beamten über die örtlichen Polizeireviere. Wie mache ich es einem Einbrecher möglichst schwer, in mein Haus oder meine Wohnung zu gelangen? Ihre Frage beschreibt das eigentliche Problem ziemlich genau. Technische Maßnahmen des Einbruchschutzes zielen auf die Einbruchshemmung ab. Erfahrungsgemäß lassen Täter oftmals nach längstens drei bis fünf Minuten von ihrem Vorhaben ab. Es gilt also, Zeit zu gewinnen und einen Verzögerungseffekt zu erreichen. Die Polizei legt bei ihren Beratungen daher den Schwerpunkt auf den sogenannten mechanischen Grundschutz. Die Fenster und Türen sowie Verschlusselemente aller anderen Öffnungen in der von Tätern erreichbaren Teilen der Außenhaut ihres Hauses bzw. der Wohnung sollten so beschaffen sein, dass es auch beim Einsatz von Werkzeugen schwierig ist und Zeit kostet, um hinein zu gelangen. Wann gelten zum Beispiel Türen oder Fenster als einbruchssicher? Polizeilich werden Fenster mit mindestens der Widerstandsklasse RC2 empfohlen. Das bedeutet, derartige Fenster werden vor der Vergabe eines Zertifikats von unabhängigen Fachinstituten auf Einbruchshemmung geprüft. Im Fall des RC2-Fensters wird geprüft, ob dieses drei Minuten einem Angriff mit einfachen Werkzeugen standhält. Erst nach bestandenen Test wird das Prüfzertifikat erteilt. Sicherheitsbedürfnis und auch die Wohnsituation sind verschieden. Schon deshalb sollte eine individuelle und neutrale Beratung ohne wirtschaftliche Interessen entfolgen. Dies bietet Ihnen Ihre Polizei in Ihrem Polizeirevier. Wenn ich Ihrem Rat folge, kann ich mich dann auch wirklich sicher vor einem Einbruch fühlen? Ein einbruchshemmendes Fenster sollte bei Abwesenheit verschlossen sein und nicht gekippt, da sonst die Schutzwirkung umgangen werden kann. An diesem einfachen Beispiel erkennt man schon, dass der Schutz die eine Sache ist und das persönliche Verhalten, um einem Einbruch vorzubeugen, eine ganz andere ist. Auch der gute soziale Kontakt zu den Nachbarn ist wichtig. Niemand sollte zum Beispiel aus überquellenden Briefkästen auf ihre längere Abwesenheit schließen können. Eine Vielzahl von Einflussfaktoren auf ihre Sicherheit ist nur bei einer Vorortbesichtigung in Erfahrung zu bringen. Natürlich verweise ich auch an dieser Stelle wieder auf die individuelle Beratung durch Ihre Polizei. Woran kann ich mich dann orientieren, dass ich einen guten Einbruchsschutz habe? Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt führt eine Liste, welche Fachunternehmen enthält, die polizeilich empfohlen wären. Vor der Aufnahme in diese Liste unterziehen sich die Unternehmen einem freiwilligen Aufnahmeverfahren, welches die Qualität der Arbeit bei dem Kunden gewährleisten soll. Wenden Sie sich für weitere Auskünfte auch hierzu am besten an Ihr örtliches Polizeirevier. Daneben gibt es das brandneue polizeiliche K-Einbruch-Level, welches die polizeiliche Empfehlungspraxis zum Einbruchsschutz visualisiert. Es ist vergleichbar mit den Grafiken zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse von Haushaltsgeräten und reicht vom Grad C der unzureichenden Absicherung durch einfache Maßnahmen ohne direkte Einbruchsschutzwirkung wie abschließbare Fenstergriffe, Abwesenheitssimulationen, Bewegungsmelder, Scheinwerfer oder keine Maßnahmen, also vom unzureichenden Schutz bis zum Premiumschutz A+, dem zertifizierten Premium-Einbruchsschutz mit aufeinander abgestimmter mechanischer Absicherung und elektronischer Überwachung. Das K-Einbruch-Level bewertet den gegenwärtigen Schutzgrad Ihres Hauses bzw. Ihrer Wohnung und zeigt auf, wie sich dieser verbessern lässt. Ihr kriminalpolizeilicher Berater informiert Sie gern darüber im Detail. Auskünfte finden Sie auch im Internet unter dem Suchbegriff K-Einbruch-Level. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Herr Glocke, vielen herzlichen Dank für diese vielen Informationen und das angenehme Gespräch. Sehr gerne. Und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns auch wieder bis zur nächsten Podcast-Folge gewogen oder schauen Sie gern auch auf unsere Internetseite www.lpr.sachsen-anhalt.de vorbei. Auf Wiederhören.